Sich draufhalten! Warte! Drei! Warte nicht nicht! So schlecht kann ich nicht! Drei! Zwei! Eins! AHA! Wo bist du? Erster Hangar komm ich gleich hin. Der vorderste beim links? Okay. Dann stellen wir uns da gleich hinter. Also links rüber. Obwohl wir können hier in ne Baracke reingehen. Da ist er! Da rennen zwei! Was? Da ist er! Von wegen! Ich bin's nicht! Da rennen zwei! Habt ihr was zu gießen? Ich bin nach außen! Wo rennen zwei? Da hinter den Hangars! Ehrlich? Ja. Ja! Nach hinten! Richtung Failort! Ja! Ähm ja! Gefällt mir nicht! Ich hab nur ne Pumpe! Oh shit! Ist mir egal! Mach mal ein Failort! Komm Junge! Ja ne Glock hab ich auch noch am Start! Ich will hinter den Buschen halten! Büschen halten! Hellen rein? Ah warte! Die rennen da noch! Geh nicht in die Halle! Doch! Die gehen in die... Längliche Halle sind's drin! Einer! Ja! Ich brauch... Ich hab'n Zombie am Arsch! Ich hab'n Zombie am Arsch! Fuck! Schießt auf mich! Jojo! Ich komm' von hinten! Die Zombies spawnen! Ich bin vorne am zweiten Hangar! Ich bin vorne am zweiten Hangar! Ich geh' an den ihr Häuschen ran und... Ich geh' aufs Maul hier! Wen hat'n der gerade geballert? Ich! Oh 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 oh! Wo? Äh... Er ist der Hangar! Da ist so'n kleines Hütchen! Sitzt da einer von euch im Busch! Er ist der Hangar! Ist'n kleines Hütchen? Er ist der Hangar! Da ist dieser Turm, wo man hochklettern kann! Ah! Nee! Gegner! Ich bin im zweiten Hangar! Okay! Einer bewacht ihn und der andere ist jetzt in der Halle drin! Fuck! Mit der MP5 kann ich nicht auf große Entfernung wirken! Wo ist der Typ hin? Ich hab' einen niedergestreckt! Hab' ihn! Am Turm! Den am Turm hast du? Jo! Dann bleibt nur noch der da drin! Mit der Glock! Juhu! Ich geh' von hinten jetzt dran! Ich bin an den Häuschen an den Pleinen! Außen! Großer grüner Rucksack! Wo ist er? Er ist im Haus! Also in einer Baracke! In welcher Baracke? Sitzt da einer am Zaun? Von euch? Ich sitz' am Zaun! Oh! Das sind nur zwei! Wo... In einer Baracke ist er! Welcher Baracke? Echt? Ja! Die Baracke die gerade mit der Öffnung zum... Die Baracke die mit der... Mensch! Die Baracke die mit der Öffnung zum Airfield zeigt oder die zu... Ja! Ja! Da ist er! Er kommt raus! Ja! Ich bin tot! Fuck you! Wohin rennt er? Nein! Ist er noch drin oder was? Nein! Das ist bei mir! Er kommt mir gleich! Oh! Fuck! Hast du ihn? Nein! Hat er dich geholt? Nein! Ich... Ich liege auch hier! Der ist hinten! Bist du tot? Ja! Natürlich! Wo hat er dich geholt? Nein! Ich... Wenn ich einen Failout geholt habe, ist nach hinten weggelaufen! Da ist er! Zombies machen ihm zu schaffen! Hast du gehört? Was? Wo ist dein kleines Freund? Wo ist dein kleines Freund? Naja! Ich blute! Oh, ich blute! Ich habe keine Munition mehr! Lauf weg! Versteck dich! Fuck! 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 Bei meiner Leiche liegt eine volle Glocke und die Pumpe! Ja, ich blute aber trotzdem! Ich blute! Wo er mit... Das gesagt hat, wo mein bitchass Freund ist... Das weiß ich! Ja, ich weiß! Ich habe mich die ganze Zeit mit ihm beschossen! So! Wir sind... Um den ersten Hangar rumgelaufen! Abwechselnd! Da ist er! Ich sehe ihn! Werd un... Äh... Werd unvorsichtig! Komm! Geh zu deinem Kumpel! Versuch seine Lute zu saven! Er hat noch... So doof rausgeguckt eben bei dem... Zwischen dem ersten und zweiten Hangar! Dann hat er nach rechts rausgeguckt in die hintere Ebene! Als ob er dachte, dass ich nach hinten weggerannt bin! Aber jetzt gar nichts mehr! Ich versuche mich grad in den rein zu versetzen! Wenn der abgehauen ist! Warum? Wohin? Wurde einfach nur ausgelockt! Wurde einfach nur ausgelockt! Kann natürlich auch sein! Sein Loot safen! Soll von dem anderen Typen das auch weg! Jaja... Ist alles weg! Also... Das Ego-Schwein hat nichts gesaved! Jaja... Fuck you! Ich hab mein Leben gesaved, du Wixxer! Halt! Hier ist einer! In... In der Zeltstadt! In der Zeltstadt! Nach hinten rausgucken! Nach hinten rausgucken! Der ist links bei den Containern! Nicht erkannt! Ja, den siehst du jetzt auch nicht mehr! Der ist von rechts nach links durchgerannt! Du willst ja bei dir irgendwo rauskommen! Jaja... Nate? Yo! Fuck! Die ist... Richtig nah bei uns gewesen! Da ist er! Was hat er? Die haben uns gespottet! Aufpassen! Hier hinten in die Ecke! Er hat sich fast selber umgebracht! Ohne Luftpumpe! Ich log mich ein! Bin am einloggen! Please wait! Hast du gesehen wo er war? Rechte Seite war er eben! Wie rechte Seite? Rechte Seite von dem Containern! Container? Das ist verdammt nah! Das ist hier vorne die Container hinter uns! Ja... 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 Und ich bin grad am einloggen... No! Ein weiterer läuft jetzt gerade links hoch! Den hab ich gesehen! Der rennt durch den Wald! Okay! Also ich hab unser... Unser Bunker im Auge! Ihr müsst nur... Die Waldgebiete drumrum haben! Mhm! Hier... Hier ist Depp was! Hier ist Depp was! In der Wiese! Oben uns rum! Hier ist einer an unserem Bunker! Der muss auf deiner Seite sein, Failoff! Ja, der ist bei mir auf der Seite! Kann aber nicht sehen! Kann gucken wenn er reinkommt und dann sag ich Bescheid! Der... der stepped an meiner Seite! Da! Der steht vor unserem Bunker! Der steht vor unserem Bunker! Der ist hinter dem kaputten Truck vor unserem Bunker! Der wird... Der schießt hier rein! Er versucht... Moment! Moment! Er steht... Er sitzt davor! Er sitzt davor! Jetzt rennt er hinter den Truck wieder! Pass auf, lass ich nicht von dem rechts wegholen! Jetzt rennt er hinter Container! Jetzt rennt er hinter Container! Jetzt ist er zwischen den Containern! Er ist wieder weg! Schlüssel links! Oh! Oh! Das zischt hier über uns rüber! Unfäder des Pinkeln, Alter! Ich könnte ausrasten! Ach! Achte bitte drauf, ob jemand sich bei dir einloggt zwischendurch! Da! Er guckt vor! Er guckt vor! Er hat... Er hat an der... An dem Scheiß... Äh... Container vorgeguckt gerade! So ganz klein bisschen rausgeloopt! Umgekehrt! Ja, ja, ich sehn! Ich sehn! Ich sehn! Soll ich draufhalten? Warte! Drei! Warte nicht! Nicht! So schnell kann ich nicht! Drei! Zwei! Eins! Ah! Ah! Ich hab... Ich hab's Gunshots hinterrum, ne? Und jetzt guckt da... Links an dem... Ganz knapp links an dem Busch vorbei! Da ist was blaues in der Wiese! Ja! Ich glaub der hat sich gerade hingelegt! Ich glaub auch! Das... Scheint der echt zu sein! Sollen wir aufstehen und mal schießen? Ja! Ich glaub das ist der! Ich stehe! Drei! Zwei! Warte! Warte! Eins! Eins! Ah! Ich glaub der ist schon tot! Der ist schon tot! Der ist tot! Der ist tot! Der ist tot! Hingefallen! Der hat sich nicht hingelegt! Ja! Ich glaub der ist tot! Der bleibt liegen! Den haben sie erwischt von der Seite! Ach so die... Hahaha! Scheiße! Ich glaube... Hier ist es ruhig jetzt! Ja! Ich renne jetzt zu den Containern! Ok! Ich mach mit! Fuck! Aufklärung nach vorne! Null negativ! Du bist beim Erste-Hilfe-Ding, ne? Bist du beim Erste-Hilfe-Zelt? Nein, 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 nein! Hallo! Ich bin da nicht! Fuck! Das ist ein Spieler! Das ist der! Das ist der! Yeah, ok! I'm shocked now! Are you friendly? Bist du freundlich oder nicht? Ja man, bleib locker! Nein, ich bin nicht alleine! Ah fuck you! Du glitsch die ganze Zeit, mein Freund! Ja, tu mir leid! Tu mir leid! Kann ich auch nicht so viel machen! Aber ich bin ein bisschen nervös! Ja, wir erst! Hier war die ganze Zeit Rumballerei! Die wollten uns da aus dem Bunker rausballern! Und jetzt... Äh, tauchst du hier auf! Ja, ich bin hier gerade eben eingefrohnt! Eben gerade im Wald! Und wollte mal suchen! Weil ich brauch ne... Neue Plate Carrier! Und ja! Jetzt hab ich sie mir geholt! Und wollte grad abhauen! Und da hab ich dich gehört! Vergewaltigt ihn! Okay! Geh die Hose weg! Hallo! Ja der gehört zu mir! Also wir sind uns immer noch nicht sicher, ob die Wälder hier um uns rum leer sind mittlerweile, ne? Nur nur als Info! Ja okay! Aber ihr seid korrekt oder was? Korrekt ist gar kein Ausdruck! Wir sind die Müsli-Riegel! Oh mein Gott! Der ist ja doof! Ja... Wir also rücklegens... Ich hab jetzt gesagt wir sind... Ich hab jetzt gesagt wir sind... Wir haben jetzt gesagt... Oder ich hab jetzt gesagt wir sind friendly! Ich seh dich ja jetzt! Auf dich schießen wir jetzt zumindest nicht! Alle anderen haben wir bis jetzt dann... Dementsprechend... Beschossen! Weil die uns natürlich nach dem Leben trachten! Ja ich hab auch nicht mich direkt geschossen, sondern halt erstmal nachgefragt ob du jetzt friendly bist! Wir haben keine Munnen mehr! Ja super! Ich hab dich grad nicht richtig verstanden! Wo... Wo sind die Gegner? Einmal... Die Waren! Ob sie noch sind wissen wir nicht! Ähm... In dem Wald dort vorne... Also in Verlängerung von den Lagerhallen... Und hier in dem anderen Waldstück... Alles so mittig... Ähm... Nach links weg jetzt... Ähm... Okay... Und äh... ATC und so clear oder was? ATC ist das... Das haben wir jetzt... Wir haben kein... Dings... Ich hab das jetzt nicht gecheckt... Ich weiß jetzt nicht ob das Ding auch clear ist... Aber jetzt passiert auf jeden Fall schon Ewigkeiten nichts mehr... Wir haben einen... Direkt um uns rum... Am Bunker... Äh... Weggeholt... Der wollte uns... Rushen oder... Keine Ahnung... Wusste nicht dass wir da sind... Wo... Okay... Ich weiß auch nicht ob der noch liegt... Siehst du mal... Ah... Schon despawned... Okay... Okay... Ey... Wo ist dein Freund denn jetzt hin? Äh... Da fragst du mich jetzt was? Äh... Honey wo bist du hin? Ja... Ich glaube hier in ner zweiten Reihe von hinten... Ich hab das Vorsicht wo er mich abknallen kann... Nein... Nein... Quatsch... Der looted hier irgendwie in ner zweiten Reihe oder so... Okay... Na gut... Also... Wie lange ist denn das her ungefähr? Fünf Minuten... Ja... Ach was... Digga... Sind ja gar nicht so viele lag auf dem Server... Alle hier am Airfield oder was? Also vor fünf Minuten war hier auf jeden Fall noch ein bisschen rabidi zabi... Ey aber wollt ihr nicht noch vorbeischauen? Also aufs Airfield oder wollt ihr jetzt abhauen? Ähm... Ich musste ganz ehrlich sagen jetzt wo wir aus dem Bunker raus sind... Und hatten wir erstmal bloß vor zu gucken ob hier jemand ist... Und dann kamst du ein... Ähm... Von daher... Wollten wir erstmal sicher gehen dass hier... Jetzt keiner mehr umliegend ist und was dann... Ja... Das wär jetzt die Frage gewesen... Was wir dann machen... Ja das könnte ne Falle sein... Ich glaub nicht... Die wollen nochmal übers... Er will nochmal übers Airfield rüberschauen... Wollen wir mal mitgehen? Ja... Lass uns noch mal mitgehen oder? Der wird uns irgendwo hinter halt locken... Ach warte... Ich komm nicht mit... Kannst vergessen... Hallo... Ja... Wir würden... Was? Würdet ihr jetzt auch noch mit aufs Airfield rüberschauen? Warum kommst du nicht mit? Ja... War falsch... Nicht für dich... Achso... Ja wir würden nochmal mitkommen... Also ich würd sonst nochmal übers Airfield strassen wollen... Also mal schauen ob wir geschaffen werden... Kann ich... Können wir den mal aufs TS holen? Bitte? Ja klar... Hallo... Ja... Können wir dich... Können wir dich... Können wir dich vielleicht mal bitte aufs TS holen? So... Kannst du mich da nicht gleich adden? Der hinter dem Bunker Rick? Hallo? Ja... Ja... Ja könnte ich... Warte mal ganz kurz... Ich... Ich hab hier noch gelaber im TS gerade... Ich geh mal kurz ins Zelt rein hier... Wie viel... Wie viel seid ihr denn? Wir sind insgesamt zu dritt... Achso... Alles klar... Seid ihr alle hier auf dem Airfield? Jo... Wo ist denn mein... Steam? Da... Wo können wir jetzt? Und jetzt gehst du auf die zweite Reihe drüber... Da steht drüben ja nochmal was dran... Und da kannst du dann den Namen... Du bist tot? Ja... Ich bin tot... Ich wusste es... Ich wusste es... Wenn ich das mache... Passiert das... Jaja... Schieß den weg... Der ist da beim... Beim Erste Hilfe Zelt... Was? Du bist tot? Ja... Ja... Der hat ganz kurz erschossen... Der Panner... Ich wusste es... Jedes Mal wenn ich... Wenn ich gutmütig bin... Und wenn ich denke... Das ist in Ordnung... So eine feige Ratte... Ich hasse es... So... Pass auf Failot... Ich mach jetzt... Für die, die den Stream grad zuschauen... Failot... Ich... Werde zum zuschauen... Dingsen... Unconscious... Oh Gott nein... Oh... Fuck... Und Failot ist immer noch pinkeln oder was? Jo... So... Wieder da... Also wo sind Schüsse? Failot ist äh... Quatsch... Honey ist äh... Unconscious... Nein ich weiß... Der ist tot... Also bin ich alleine in der Tasche... Ja... Fuck you... Der war hinten äh... Richtung... Kleiner Knast an der Mauer... Ich bin tot... Ich bin tot... Ich bin tot... Du bist echt tot... Ja... Du bist echt tot... Du bist echt tot... Du hast nicht hinter dich geguckt ne... Der ist von rechts reingekommen... Hä? Der ist von rechts reingekommen ne... Okay... Dann hat sich das erledigt... Ja ja... Well... Well well well... Das war aber wieder ein anderer... Heute zum vierten Mal... Ey... Oh ne Scheiß man... Das war aber wieder ein anderer... Heute zum vierten Mal... Oh ne Scheiß man... 1 L waiting... 1 1 2 1